Ja, Leute, Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir machen noch ein bisschen Jakku und da nehmen wir mal ihn hierfür. Können wir mal hier hochkommen? Waren wir hier schon? So. Und da wäre wahrscheinlich ein Luke Skywalker nicht schlecht, ne? Denn ich wüsste jetzt, wo der war. Ach, jetzt ich? Nee. Ach, das ist tatsächlich... Naja, das ist so halb. Das ist so halb nach... Ähm... Nach... 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 Nach Alphabet sortiert, ne? So halb irgendwie. So, Karbonitstein. Nehmen wir mit. Und damit haben wir auch das letzte Level, Bonus-Level freigeschaltet. Ottegan-Angriff. Aber wie gesagt, wir machen ja hier noch ein bisschen weiter. Hab ich mir gedacht. Du siehst aus wie jemand, der gerne rennt und springt und überhaupt gerne Sport macht. Ja, doch, Wader. Oder wie jemand, der jemanden kennt, der das gern macht. Ich hab's immer gehasst. Das Männer findet da statt. Wärm dich auf, damit du dich nicht verletzt. Oh, yeah. Ja, dann nehmen wir doch die Ray. Ah, das ist lustig. Ich mag sowas. Ich find das ganz cool. So, wartet kurz. So, dann. Schnappen wir uns mal die Ray. Wo war die noch? Die war doch nicht weit weg von ihm hier, oder? Ah, hier ist der Luke. Ach, das ist unter... Ist schon unter L. Okay. Aber Ray müsste dann ja hier irgendwo... Ist sie ja sogar. Wahnsinn. Ah! Wieder schnell los. Oh Gott. Oh Gott. Oh, no. That's it. Ei, ei, ei. Und los geht's. Sind wir noch im Rennen? Wieso hört die Zeit denn hier immer auf? Was müssen wir denn hier machen? Das ist ja doof. So, nochmal. Und auf geht's. Okay, 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 okay. Ja. Ja. Und ja. Und zack. Hoch hier. Und runter. Und victory. 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 Mit BB-8 jubel ich dann auch lieber. Du bist ja eine echte Sportskanone. Ich wäre ja neidisch. Aber ich bin eher der Denker. Ich glaube, ich sollte dir jetzt einen Preis überreichen. Du willst dir noch einen Preis angeln? Vergiss es. Außerdem ist das ein Rennen. Kein Angelwettbewerb. Los, nimm am nächsten Event teil. Oh. Gut. Wo ist denn das nächste Event hier? Brauchen wir ein Auto, ne? So, Moment. Wir haben doch hier unseren... Nehmen wir mal einen röstigen Speeder. Gar nicht... Kaum zu steuern, das Ding. Okay, das war knapp. Ja, aber diese Rennmissionen, die sind jetzt wirklich nicht sehr herausfordernd. Die machen Geräusche, die Dinger. Hoppala. Alles gut. Hoppa. So, einmal kurz orientieren. So, ich wollte eigentlich gerade den Vorsprung auf eine Minute erhöhen. Yeah. So, wo sind wir überhaupt? Gibt es hier irgendwas zu erledigen? Was ist denn das? In diese Richtung. Ach, das ist die Karte, ne? Oder Flucht vom Finalizer. Gut. Hier sind wir eigentlich durch. Hier ist noch ein Rennen und hier ist noch so eine Mission für uns. Also, wir sind langsam wirklich hier mit durch, ne? Das ist ja cool. Vielleicht sollten wir Jakku erst mal fertig machen. So. Was geht da? Sorry. So, wir machen das jetzt mal richtig wie im Film. Zack. Oh, Mist. Oh, Mist. Und dann rüber wechseln. Oh, verdammter Mist. So, komm. Spring rein. Ich muss noch mal kurz gucken. Andere Richtung. Und dann in dieses alte Lager. Oh, komm schon. Nein. Dann fährt halt BB-8. Das ist mir doch egal. So. Hoppala. So, hier war auf jeden Fall eine Mission. Eine Quest. So, der muss... Ah, da haben wir ja unseren Feuerdingens für. Gut, dass wir ihn gekauft haben. Weiß noch einer, wie der heißt? War das der hier? Flammentruppler. Bam. Vermalledeite Schrottpicker. Brrr. Einer dieser Schrottpicker hat meinen Kühlmittelregler geklaut, als ich gerade richtig aufgedreht habe. Hat mich auf Eis gelegt. Brrr. Deswegen würde ich gerne um deine Hilfe bitten. Was sagst du? Jo. Auf geht's. Danke. Diese Kiste wird sich nicht von der Stelle bewegen, bis ich den Regulator wiederhabe. Viel Glück bei der Suche. Danke. So, dann suchen wir mal. Ist ja nicht weit. Ach so. Oh, Mist. Könnte doch weiter weg sein. Nein. 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 Ja. Nein. 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 Lasst mich... Ach, komm schon. Danke. Oh. Hallo. Mann, 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 Mann. Haben wir noch unser Auto hier? Damp, dam, Mist. Wie immer ist das Auto weg. So, 15. So, 15. Die Stats sammeln wir natürlich schön dabei ein. Den Stats-Bonus wollen wir auf jeden Fall. Was sind das hier für Teile? Müssen wir die alle haben? Okay. Ach, schau dir nur an. Das Teil ist völlig zerlegt. Die Reparatur wird Ewigkeiten dauern. Aber, nun ja, danke dir. Hier, du magst doch Schrott. Das kannst du haben. Ja, super, danke. Ich stehe auf Schrott. Okay. So. Das war ja sogar ein richtiger Weg. Ja, da oben fehlt uns nur noch das Rennen. Dann nehmen wir das doch mal. Oder machen wir das doch mal. Er sollte bald wieder funktionieren. Das wäre gut. Und auf geht's. Schön, dass du da bist. Hello. Also, das ist ein richtig gutes Rennen von uns hier. Dafür, dass wir so eine lahme Karre hier haben. Haben wir hier jetzt schon eine Minute über. Also, das Ding ist sauwendig, ne? Weil es wahrscheinlich auch so langsam ist. Sehr gut. So, was ist das hier? Oh, den Stein möchte ich haben. Unser Geschäft ist abgeschlossen, mein Freund. So, geh mal weg. So, geh mal weg. Oder ist das ein No gewesen? Was? Du siehst doch, dass wir im gleichen Team sind. Und was für eine Schweinerei. Aber der Billige hier, ne? Oh, das ist ein schöner Stein. Zack. So, das ist ja alles durch. Was ist das hier? Da ist auch ein Haken, ne? Ist hier ein Haken dran? Ne, was ist denn das? Das ist doch so eine Karte dann. So, wir brauchen die Macht. Wir brauchen die Macht. Wir brauchen Luke. Ah ja. Das ging ja schnell. Okay. So, dann machen wir hier mal. Das ist hier wahrscheinlich so das Gebiet, wo noch am meisten ist, was wir hier liegen haben. Ja, vor allem das mit diesem komischen, mit dieser komischen Quest, die wir am Anfang gemacht haben, die ich immer noch nicht verstanden habe. Und diese Dinger hier checke ich auch nicht. Muss man da vielleicht rauf gehen? Ich habe keinen Schimmer. Und auch diese doofe Quest hier, ne? Die nervt mich schon die ganze Zeit. Oh, nun seht ihr doch diese arme Kreatur. Er will sein Fressen überhaupt nicht mehr anrühren. Ich habe nur diesen staubigen Stil. Aber die meint nicht den hier, oder? Ist mir egal. Wir verprügeln ihn trotzdem. Nein, nein. Ich will nicht schießen. Oh, das ist doch neu, oder? Das war doch sonst nicht da. Was ist das hier? Das ist doch neu. Und du? Haben wir was liegen gelassen? Sind wir fertig? Nö. Gibt es denn mehrere? Ach, es gibt mehrere. Okay. Dann habe ich das noch nicht gecheckt, als wir das das erste Mal gemacht haben. So, dann haben wir hier auch noch was. Okay. So, und hier weiter auch noch, ne? Dann bin ich da. Okay. Nice. Okay. Was ist das? Ah, sehr cool. Cash. Sau, Bärs. So, super. Haben wir das auch. Und hier haben wir auch noch etwas. Okay, was hat das damit auf sich? Okay, die Frage ist, für welchen Charakter ist das hier? Ist das so ein Stromteil? Vielleicht für unseren Stromdingens? Das ist Flamme. Für wen ist das? Ach so, für BB-8, ne? Mist. Hm. Für wen ist das hier? Hier ist ja überhaupt kein Hinweis, was man da machen soll Oder muss man von der anderen Seite Okay So können wir von hier oben jetzt irgendwas machen Ähm, sieht nicht gut aus Ich wollte doch nur auf den Millennium Falcon rauf Auch nicht schlecht Tja, was machen wir hiermit jetzt Wie kriegen wir das hier aktiviert? Mit Macht Oh, was ist das denn hier? Lego Haken Versteckte Lego Gegenstände Also das ist Also ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab's gelöst Okay Also es war doch für BB-8 Oh, ich dachte wir hätten ihn Genau richtig rum Okay Und nun? Okay Müssen wir noch was zweites mitbauen So Belohnung Okay Ja cool dann haben wir es ja geschafft Dann haben wir es ja geschafft so dann würde ich sagen machen wir ein Päuschen Oder sollen wir es rennen? Ah ne hier oben sind noch so viele ne? Hier haben wir zwei Rennen, Goldener Block, Quest Naja wir sind hier Dabei Jakku zu beenden, nächste Folge machen wir erst einmal Die Die nächste Mission Die ist hier auf Aton Otteganischer Angriff und Wartet mal Doch muss die ja sein ne? Ja ja klar und ja nächste Folge sehen wir uns wieder macht es gut bis dann Oder noch mal D D D D D D Vielen Dank.